Jo, es ist schön nicht warm, aber das stresst ja keinen. Erstmal mache ich mir ein Piekser, weil das ist ja alles ein bisschen eklig teilweise. Piekser ist fertiggestellt. Mal sehen, ob das klappt. Okay, das mit dem Piekser klappt nicht, also werde ich meine Hände benutzen. Was hier alles liegt, ey. Wir haben Leute so richtig rumgesaut und es einfach liegen lassen. Das nervt sowas da. Der Platz ist eigentlich so entspannt. Auf jeden Fall ist hier richtig viel Zeugs, was auch so angeschwemmt wird. Eigentlich ganz interessant, ob man sich doch ein bisschen was macht. Wie Spaghetti. Einmal aufgewickelt und dann abschleift. Und Sie, meine lieben Freunde, hänge ich mir hier als Boxsack auf, denn mein Aggressionspotenzial ist nicht gering. Cooles Teil. So, ich glaube, die erste Arbeittappe ist getan. Ich sehe keinen groben Müll mehr rumliegen. Ich habe Bock, jetzt erstmal die Matte aufzuhängen, weil dann kann ich geiler chillen. Da fährt auch eine Fähre. Mal sehen, wo die landet. Dann komme ich nächstes Mal mit der Fähre hier rübergefahren. Dann spare ich mir die Fahrt mit der Tram. Bei Bootfahren ist geiler. Wow. Ja, ich habe Langeweile. Alter, ist das kalt. Deswegen wollte ich mal hier ins Wasser steigen und so ein bisschen sauber machen. Aber ich merke gerade, es ist eigentlich viel zu cold, man. Und da hinten liegt auch so ein Brett. Ich würde mir, glaube ich, einen Tisch bauen. Ein Schuh. Ey, Neopren sogar. Dann ist es ja gleich gar nicht mehr so schlimm. Man muss, glaube ich, echt aufpassen, dass man sich jetzt die Füße hier nicht aufschlitzt. Hier sind überall so scheiß Flaschen. Ich lasse das jetzt erstmal so. Könnte nützlich sein für meinen Tisch. Alter, guckt euch das an, Herr. Ich weiß auch gar nicht. So viel Kram kann ich ja nachher gar nicht mitnehmen. Man gewöhnt sich an die Kälte. Ist echt krass. Kein Witz. Ich kann es jetzt aufheben. Ja, hier habe ich nochmal einen geilen Keil. Falls meine Tür immer zufällt, kann ich den einfach unter die Tür schieben. Bleibt auf. Ist kein Ding. Funktioniert wirklich. Aber noch geiler. Ein richtig fettes Brett. Das wird nützlich sein. Okay. Genug im Wasser gewesen. Ich sollte auch... Ja, das ist meine Ausbeute. Ich glaube, ich werde jetzt dieses löchrige Brett da benutzen und mir einen Tisch daraus passen. Und dann, wenn ich das gemacht habe, esse ich mein Mittagessen auf meinem geilen Tisch. Keil Nummer 1 unter meine Bank. Ich möchte gern Keil Nummer 2 auch unter meine Bank. Jetzt wasche ich mal das Brett nochmal. Soll ja auch ein sauberer Tisch sein. Aber ich glaube, das ist anders chilliger mit den Löchern. Ich dachte erst, ich stecke hier irgendwie so einen fetten Balken durch. Aber das ist auch ziemlich labbrig, das Ding. Ich sammle jetzt erst mal ein bisschen Holz einfach, was passen könnte oder mir nützlich ist. Und dann setze ich mich wieder gemütlich hin und bastle rum, damit ich nicht dauernd aufstehen muss und so. Einfach Step by Step erst mal ein bisschen was sammeln, was Potenzial hat, denke ich. Bevor man hier rumöhrt, wie ein Öber. Ach ja. Ich habe ganz vergessen, wie lange das dauert. Ich habe jetzt hier so meinen Ständer. Mal erst mal gucken, was ich da mache. Der wird so teilweise meine Fußband zusätzlich stützen. Und dann lege ich hier das Ding drauf. Vielleicht mal sehen. Mal sehen. Das war ja leicht. Ist echt fertig oder was? Guck mal, wie grün das geworden ist. Das sieht jetzt richtig schön aus. Vielleicht mache ich das dann doch so. Ja, so klingt das, wenn jemand baden geht. Es ist ein bisschen kalt dafür. Er wackelt. Aber ist nicht schlimm. Ist fast wie zu Hause. Ja, das war's für heute. Ich werde jetzt mal meine Sachen wieder einpacken. Hier habe ich so oft so eine geile Tischplatte. Damit nichts durch meine Löcher fällt. Fresh. Wird sein. Ja. 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 Das war ein sehr schöner Tag. Ich verabschiede mich. Ich nehme jetzt meinen Müllsack mit. Oder meinen Sack mit dem fremden Müll. Peace. Äh, wertschätzen bitte. Cool, dass du das Video bis zum Ende geguckt hast. Falls es dir gefallen hat, hinterlass mir doch ein Like. Oder abonniere meinen Kanal. Abonniere meinen Kanal. Abonniere meinen Kanal. Abonniere meinen Kanal.